So, alle meine Endchen in Moll. Wir waren im siebten Bund, da ist das Do. Und jetzt mache ich dasselbe in Moll, das heißt, ich gehe jetzt mit dem Zeigefinger in den vierten Bund, dann habe ich dasselbe Do. So, La, Ti, Do, Re, Mi, Mi, Fa, 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 Mi, Fa, 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 Mi, Re, 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 Do, Do, Mi, 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 La. das ist die Moldau. Moldau ist eigentlich nichts anderes als alle meine Entchen irgendwie in Moll. Allerdings mit einem anderen Rhythmus, wenn ich mich recht erinnere. Es ist mehr so... Müsste ich mir auch nochmal anhören. Wird es bestimmt demnächst geben. Ja, ausprobieren. Ein anderes Stück, was wir im Chor gerne in Dur und in Moll singen, ist Bruder Jakob. Das kommt bestimmt auch die Woche. ... ...